Hallihallo Leute! Äh, ja... Kann ich hier rein? Nein. Okay, äh, wieder zurück bei Let's Play Outlast. Wo ist er? Ich will ihn immer näher kommen. Aber ich weiß nicht wo er ist. Bleib mal hier unten. Da ist er. Uh, wieso stehe ich auf? Okay, okay, er geht. Ist das dieser Typ, von dem ich gewarnt wurde? Er kommt mir grad so vor. Okay, der Typ ist weg. Ich hab noch keinen Plan. Äh, wo muss ich hin? Hat er jetzt eine Tür für mich geöffnet oder so? Okay. Okay. Ist eine neue Aufnahme. Ich muss mich wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Aber ich glaub, das hab ich jetzt ziemlich schnell raus wieder. Okay, okay, okay. Ich kann mich hier nicht drunter verstecken. Hier ist Licht. Oh, 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 oh. Das Geräusch gefällt mir ganz und gar nicht. Und wo kam der her? Ich lege da gerade rüber. Da hab ich noch eine versteckte Möglichkeit. Okay, dann kann ich da rüber. Ach du Scheiße. Okay. Der bewegt sich grad weg. Da hinten... Jaja, da kennen wir noch. Welcome home. Speicherpunkt. Die Tür zu. Der Batterie wäre wieder geil. Okay, vorsichtig. Was steht da? Love make a house a home. Ein Brautkleid und Entwürfe zu einem... Ich weiss nicht, woraus er das Brautkleid gemacht hat, aber es sieht aus wie einfach Fetzen. Wie einfach aus Fetzen. Was? Alter, was ist hier passiert? Komm. Schnell, schnell, schnell. Nein, nein, nein. Du bist jetzt nicht hier. Tür auf. Rein. Tür zu. Okay. Keine Ahnung, wo er grad ist. Ich glaube, wir haben ihn abgehängt. Er kommt immer näher. Er kommt immer näher. Und er sinkt irgendwas. Geht's hier raus? Geht's nicht? Okay, okay. Rüber. Oh Mann, ich will ne Batterie haben. Ich hab bald fast... Ich hab keine Batterien mehr nachher. Alter, wie weit ist das? Der Typ ist bald schneller als ich. Und ich will nicht, dass er aufholt. Das ist richtig. Okay, wir können das hier wegschieben. Keine lauten Geräusche. Ja, komm. Gibt alles... Ah, Speicherpunkt. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Komm, komm, komm. Wo kommst du jetzt her? Ich will dich als mein Baby. Was ist mein Baby? Kranker Bastard. Oh fuck. Hör ab. Ja. Nein, 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 nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist ne Scheißleiter. Oh fuck. Oh nein, das Bein. Oh fuck. Oh oh. Auf jeden Fall. Nach dem was du... Oh fuck. Oh oh. Okay, wir gehen da mal rüber. Wir können grad nicht springen. Wir gehen einfach. Oh nein. A woman works never done. Oh nein, oh nein, oh nein. Der ist irgendwo in der Nähe. Sag mal hallo. Tür zu. There is no place like home. Ja, alter. Kranker Bastard. Das war bestimmt alles er. Und ich hab das Gefühl, der ist schon einmal durch. Der das gleiche erlebt hat. Nach den Blutspuren her. Nach den Blutspuren her. Was steht da? Is Mama Annie happy? Keine Ahnung. Ich hab grad keine Zeit hier philosophische Nachrichten zu lesen. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Ich weiß nicht wo er ist. Oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein, wo... Kann ich irgendwo anders hin? Oh nein, wo... Ah, hier, hier, hier. Komm. Das ist... Das offensichtlich... Offensichtlichste versteck, das ich je hatte. Oh nein, oh... Was mach... Alter! Was macht er da? Oh nein. Oh nein. Kann ich raus? Ich kann gar nichts machen. Wofür da... Ich kann auch die Kamera nicht auswählen, um die Dunkelheit... Ich bin... Vulgar. Und ich will sagen, ich bin sorry. Ich habe nur... Oh, oh, oh. Du weißt, wie ein Mann bekommt, wenn er umgehen will. Wo... Was macht er gerade? Wo zum Teufel sind wir? Wo zum Teufel sind wir? Ich versuche... Und sei... ein anderer Mensch. Ah, okay. Das ist die Decke. Er schleift uns also Kopf über den Boden. Also nicht Kopf über. Er ist einfach... Ein Legate. Um den Vater zu sein, den ich nie hatte. Ich werde nie etwas passieren, zu unseren Kindern. Nicht wie... Und was... Was... Was spiele ich dabei für eine Rolle, bitte? Lass mich in Ruhe. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir einen Mann spielen. Ich weiß, du musst... so sicher wie ich bin, um mich zu konservieren. Ich liebe dich. Ich werde versuchen, die Antisemitismus zu nutzen. Oh nein. 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 Zwölf Stunden später. Das ist ein... Das war ein starkes Betäubungsspray. Oh verdammt. Zu Glück ist da jemand anderes. Ich dachte schon, wir wachen jetzt darauf auf. Das blic voilà. down. Oh nein. Oh nein. Sehrассatz! Das ist wirklich alles000... Oh, Alter. Nein, ich bin sehr entschuldig, darling. Liebe ist nicht für alle. Oh nein, oh nein, ich habe Befürchtungen. Halt still, darling. All diese unbefassenden Haare. Oh, silky smooth. Wie eine kleine Mädchen wieder. Jetzt die mehr delikten Bits. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe das Gefühl, wir werden auch noch an der Reihe sein. Nein. Oh nein, oh nein. Bitte sag mir nicht wir, oh nein. Ey, wir haben einen, oh nein. Oh nein, ich will nicht wunderschön sein. Ich bin lieber hässlich. Eine Frau muss etwas zufassen. Es ist nicht schön, ich weiß. Aber nur versuchen, Nein. Nein. Nein, nein, nein. Ich, ich will, kann ich mich? Oh nein. Ich will, ich will, kann ich mich? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Alter, nee, ehrlich. Ich muss hier irgendwie... Komm, ich kriege gerade alles, was ich kann. Nein, nein. Alter, wer auch immer du bist, ich verdanke dir meine Eier. Ja, du bist der Größte. Alter. Meine, Gott sei Dank, sie sind noch dran. Ich bin zwar nackt und habe ich mir gerade ein Hemd angezogen mit einem Arm. Ich glaube, ich glaube ja. Okay, Alter. Alter, weg hier. Ach du Scheiße, ich glaube, da kommen wir wieder hin, wo wir waren. Ich habe keine Batterien, ernsthaft? Ich kann ja gar nicht im Dunkeln sein in dem Fall. Ja, der hat mir die Batterien geklaut, der Bastard. Oh. Oh nein. Notiz. Ich bin noch in einem Stück. Ich bin hier, Lisa. Ich bin immer, ich bin noch, noch immer hier. Er, er wollte mich zu seiner Braut machen. Wollte mich schneiden. Vielleicht lag ich falsch. Der Welt von diesem Ort zu erzählen, würde sie nur herlocken. Sollte dieser Ort hier einfach von, von sich hin, was? Vor sich hin eitern? In einem, okay. Soll der Ort einfach vor sich hin eitern und sterben. Ich werde es der Welt nicht erzählen. Wenn es bedeuten würde, die Infektion auszubreiten. Lass es alleine sterben. Lass es verrotten. Ja gut, und wer zum Teufel soll dann diese Nachrichten lesen, die du... Ach. Oh, wir sind schnell. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Er weiß noch nicht, dass wir hier sind. Er hat ja noch nicht gesehen, dass wir entkommen sind, oder? Nachts, ich bringe genau gar nichts. Gehst du mal weg? Das wird nicht klappen, wenn ich jetzt losgehe. Ich glaube, wir müssen einfach... Das Spiel will es, so. Vorsichtig. Vielleicht hat er sich ja verbuggt. Nein. Ich weiß nicht wieso, aber er hat uns irgendwie gesehen. Danke, Spiel. Ich will nicht nochmal angekettet werden und... Oh, da ist ein Sackgass, oder? Nee, wir kommen weg. Ah. Lass mich mal durch, Ladies. Ladies, danke. Nein, komm, mach die Tür zu. Oh, Alter. Die Tür einfach offen lassen. Geht's noch? Da noch eine Tür. Oh, fuck, 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 fuck. Geil ich mal. Ich will hier weg. Oh, ja. Ja, ja, ja. Scheiß drauf. Oh, nein. Oh, nein. Geil ich mich nicht. 5. Geh. Du und der Rest von mir. Ich bin schuldig. Scheiß. Oh, fuck. Mal kurz das... Nein, ich will da... Obwohl... Ja, komm, kurz die Füße im Wasser waschen. Ah. Alter. Ah, wir haben hier noch ne... Ein Dokument. Was war Dokument? J? Ja. Schließen. Alter. Ich brauche unbedingt Batterien für das Nächste. Ich glaube hier ist... Ja. Wir haben wieder eine. Alter. Zum Glück sind wir weg. Ich hoffe, wir kommen da nicht nochmal hin. Okay. In diesem Part ist viel passiert. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Ich muss ein bisschen früher Cuts machen, weil es ist schon Sonntagabend und Mitternacht und ich muss morgen arbeiten. Deshalb kann ich nicht so lange aufnehmen, aber ich gebe mein Bestes. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal bei Outlast. Whistleblower. Wir sehen uns wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020